Niemand hier. Keiner hier. Was für eine Faszination. Niemand zu Hause. Was für ein Zauber. Doch wer sieht, dass niemand zu Hause ist, ist das doch noch wer, der sieht, dass keiner da ist. Wer sieht, dass niemand in dem Body ist? Wer sieht, dass keiner im Körper drinnen ist? Nur sehen? Siehst du einfach nur, dass du siehst, dass da keiner sieht, dass da gesehen wird, dass niemand sehen kann, was sich selbst sieht? Sieht sich nicht selbst, denn es sieht immer nur eine Reflexion von dem, was das ist, was das selbst sein könnte. Kann das selbst das sein, was gesehen werden kann, was wieder nicht gesehen werden kann, was verschwindet, was da ist und nicht mehr da ist. What a spell. Was für eine Faszination. Wer ist denn nicht da, wenn gesehen wird, dass keiner ist, dass es keine Person gibt? Du bist absolut hier. Als Person, als Raum, als Geist, als Bewusstsein, als Erde, als Manifestation, als der Offenbarung von dem, was du bist. Du bist nie als Teil hier. Du bist immer absolut hier. Du nicht. Ich auch nicht. Wer dann? Wer dann? Das, was du und ich ist essentiell. Essentiell. Wiedersehen. Wundersehen. Wieder schönen. Wieder schönen und Wundersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. ?